Liebe Jungfrau, das ist deine allgemeine Prognose für Oktober 2020. Du beginnst diesen Monat mit einem Vollmond in Vidar. Am ersten geschieht diesen Vollmond und das heißt, im Laufe des Monats wirst du erkennen, inwiefern ein Verhältnis mit jemandem sinnvoll ist. Im Bereich des Geldes können unerwartete Ausgaben geben, die in irgendeiner Weise mit jemand anderem verbunden sind. Du könntest eine große Zahlung abschließen oder Schulden abbezahlen. Am vierten hast du Pluto direkt in Steinbock. Dein Liebesleben dürfte sich bald deutlich verändern, indem du langfristige Bindungen aufbauen möchtest, anstatt oberflächliche Dates zu haben. Du hast viel Energie und Geld an ein Projekt investiert und du wirst in den kommenden Monaten erkennen, was daraus geworden ist. Eltern werden eine neue Lebensphase in der Beziehung zu ihren Kindern erleben. Zwischen siebten und neunten des Monats haben wir Spannungsaspekte zwischen Merkur, Uranus, Mars und Pluto. Es können Missverständnisse in der zwischenmenschlichen Kommunikation leichter als sonst entstehen. Du wirst dir ein besseres Bild von einem Menschen oder einer Situation machen, wenn du bereit bist, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Es ist besser, sich vorüber gehen, zurückzuhalten, um seine Gedanken zu sammeln. Zwischen zehnten und zwölften haben wir einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Merkur. An diesen Tagen wirst du entweder viel unterwegs sein oder tiefgreifende Gespräche mit jemandem führen. Man kann sich gut mit anderen austauschen und tief in das Leben eines anderen eindringen. Am vierten haben wir Merkur rückläufig in Skorpion und der Einfluss dieses Aspekts bleibt bis zum dritten November. Alle Formen der Kommunikation, des Transports und des Denkens werden in den Fokus rücken. Du scheinst sehr beschäftigt mit einem Menschen oder einer Sache zu sein, die deine Psyche beeinträchtigt. Im Bereich des Lernens und der Bildung bist du sehr konzentriert und fokussiert. Zwischen dreizehnten und sechzenten des Monats haben wir einen T-Quadrat zwischen Sonne, Mars, Pluto und Saturn. Du wirst an diesen Tagen viel zu erledigen oder zu klären haben. Am sechzenten hast du den neuen Mond in Waage. Falls zutreffend, sollte man mit seinem Geld und Besitz extra vorsichtig sein. Es kann sein, dass man einen Mensch unterstützt, der nicht dankbar ist. Zwischen 17. und 24. des Monats haben wir Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. In der Liebe wird man zwischen Realität und Fantasie unterscheiden müssen. Die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung einer Liebesaffäre steigt deutlich an, wenn man an diesen Tagen unterwegs ist. Künstlerische Inhalte werden mit dieser Konstellation bevorzugt. Zwischen 19. und 30. haben wir einen Aspekt zwischen Mars und Jupiter. Es handelt sich um eine Quadratur. Es gibt die Tendenz, meine liebe Jungfrau, überstürzt zu handeln und sich für unüberlegte Dinge zu entscheiden. Ein Mensch könnte dir gegenüber unfreundlich und egoistisch sein. Und dann zum Schluss, am 31. haben wir einen großen Vollmond in Stier. Viele Emotionen können das klare Denken vernebeln. Man wird eine Sache klären und dem Lauf der Dinge eine endgültige Wendung geben. Meine liebe Jungfrau, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Oktober 2020. Falls du eine konkrete und individuelle Vorausschau für das kommende Jahr oder für die kommenden Monate, Wenn du das haben möchtest, kannst du jederzeit eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Gesundheit, Liebe und Erfolg für Oktober 2020. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.